So meine Leute, heute geht's auf zum Herbst-Granitbeißer mit MC Doppler Vollgas! Hey, warum filmt ihr schon? Wir sind hier Granitbeißer Sommer Edition. Mein Teampartner MC Doppler macht gerade so einen Schritt fertig. So ist es auch fertig. Muss gerade Haki, wollen Sie was sagen ins Video? Das darf man auf YouTube nicht sagen, was ich jetzt sagen will. So, wir sind da. Und wir fahren jetzt die erste Trainingsrunde. Wir wollen jetzt langsam besichtigen. Und mal schauen, wie das wird vorne. Haki, größter nur Veranstaltter Österreichs. Zumindest der, was am meisten gut ausschlägt. Get ready! Peter, wo ist das? Ist alles okay? Ja! Alter! Alter, Doppler voll beim Aufwärmen. Ein Wahnsinn. Ein Gerät. なので, ist es von mir. Ich bin von Schnellland. So. Wir gehen jetzt um den Hof her. und sehr stark, gut schauen wie es wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020